Woran denken Sie, wenn Sie St. Pölten hören? Dass die Landeshauptstadt viel mehr zu bieten hat als bloß ein paar Barockgebäude und eine schnelle Zugverbindung nach Wien, das beweist einmal mehr die lebendige und kreative Musikszene. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Talk aus unserem Studio. Heute bei mir zu Gast die beiden St. Pöltener Musiker, Felix Buchner von Die Ethik und Felix Schnabel alias Salamirekorder. Hallo ihr zwei! Servus! Servus! Felix, du hast ja vor kurzem in einem Interview erwähnt, dass die Musikszene in St. Pölten etwas ganz Eigenes wäre. Eigen in welcher Hinsicht? Eigen in der Hinsicht, dass sie sehr offen ist für Neues. Eigen in der Hinsicht, dass sie sehr gut organisiert ist, auch von der Stadt, dass es sehr viele Initiativen gibt, sowohl von Kulturvereinen wie im Sonnenpark, Lames oder auch der Dachmarke Musik SDP, dem Freiraum, dass hier einfach Konzerte stattfinden oder auch im Cinema Paradiso und man da echt viel machen kann, noch Platz ist für etwas Neues. Und für mich war die St. Pöltener Musikszene immer schon sehr punkig, sehr rockig und ich glaube, das führen wir auch ganz gut weiter. Du hast es ja schon ein bisschen angeschnitten, eure Musikrichtungen, also bei Die Ethik natürlich Alternative Rock und Pop-Punk. Felix, du bringst uns ja als Salami-Rekorder mit deinem Garagen-Punk zurück in die 60er. Was fasziniert dich an der Zeit? Ja, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, das ist einfach das, was bei uns in der Familie immer recht viel gehört worden ist. Und dadurch schnappt man das dann halt auf. Was mich interessiert eigentlich an der Zeit ist, dass das eine sehr rohe und, wie sagt man, leicht zugängliche Form der Popmusik tatsächlich ist. Weil es hat so mit den Beatles angefangen und dann aber so diese ganzen jungen Kids, die in der Garage genau das so machen wollten. Und irgendwie, das ist einfach, finde ich, so leicht zugänglich einfach. Man will dann einfach ein Instrument in die Hand nehmen und das Ganze probieren so. Und damit hast du natürlich auf jeden Fall eine Nische auch getroffen. Natürlich. Ihr seid ja mit eurer Musik, ihr beiden, schon das längere jetzt im Showbusiness. Aber wie schwierig ist es eigentlich als junger und vielleicht noch unbekannte Musiker, seine ersten Auftrittsmöglichkeiten zu bekommen? Also bei mir oder bei uns, wie wir angefangen haben, war es eigentlich immer gleich so, dass wir gefragt worden sind. Und ja, somit, es gibt ja dann nicht so viel Konkurrenz und so. Gerade wenn man so etwas macht, das ist dann schon ein bisschen Alleinstellungsmerkmal. Und ich glaube, deswegen ist das dann so passiert, dass man eigentlich recht regelmäßig, seit ich angefangen habe, so dann gefragt wird oder so. Wie war es bei Die Ethik? Ganz zu den Luxus hatten wir tatsächlich nicht. Wir haben schon sehr viel selber organisiert. Ich habe die Band mit 16 Jahren gegründet, ins Leben gerufen, da waren wir noch in der Schule. Da waren es zuerst einmal die Schulfester oder die Vernissagen im Egon. Diese Sachen, wo wir dann auch nach und nach mitbekommen haben, hey, wir können auch selber Konzerte organisieren, Veranstaltungen organisieren. Da kommen Leute, das trifft irgendwie einen Punkt, der interessant ist. Und ich habe aber schon das Gefühl, hin und wieder fehlt es an so ganz kleinen Locations, wie zum Beispiel dem alten Egon Keller, wo jetzt das Pepe Nero drin ist. Großartige Pizzeria. Aber der Keller geht mir ab und die kleinen Konzerte da drin sehr. Das stimmt. Das ist ein wichtiger Punkt, wo St. Pölten noch Aufholbedarf hätte, wenn es nach uns ginge. Ja, ich hoffe, man findet dann Platz im Sonnenpark oder anderswo, dass man diese kleinen Sachen, wo man wirklich einmal ins Rollen kommt, etwas startet. Die ersten Konzerte spielen vor 30, 40 Leuten, dass genau so ein Platz wieder sehr niederschwellig angeboten wird. Ihr habt es ja jetzt mit die Ethik, seid ihr von der kleinen Konzertbühne bis zum Donauinselfest gekommen. Ihr wart ja Headliner des Jahres 2023 und seid ihr eben gekürt worden vom Radiosender 88.6. Wie ist eigentlich das Gefühl, wenn man dann plötzlich vor tausenden Menschen auftritt? Es ist sehr bestätigend. Wir arbeiten jetzt schon seit 2019, seit wir unser erstes Album released haben, daran, dass die Live-Show auch wirklich international auf Bühne steht und einfach professionell durchgezogen wird. Und wir sehen einfach, das funktioniert in St. Pölten beim Musik-STP-Festival, das funktioniert am Donauinselfest. Es funktioniert auch in kleinen Rahmen, wenn man im Freiraum spielt oder in Graz in irgendwelchen kleinen Beiseln. Das ist dann irgendwie eine Bestätigung, dass die Qualität nicht nur von der Bühnengröße abhängt, sondern einfach auch von dem, was man aus der Bühne macht. Du hast es ja gerade angeschnitten, Musik-STP-Festival, da wart ihr ja beide schon vertreten. Wie wichtig ist diese Veranstaltung für euch? Du musst dazu sagen, du bist da ja ein bisschen mehr involviert. Ich bin tatsächlich mit involviert in der ganzen Planung. Ich bin im Team vom Freiraum, das Team betreibt auch die Dachmarker Musik-STP und wir veranstalten eben auch das Musik-STP-Festival. Ich finde es wahnsinnig wichtig, weil man auf einmal draufkommt, wie hochkarätig eigentlich die St. Pöltener Musikszene ist, auch im Live-Bereich, vor allem in der ganzen Rock- und Pop-Schiene. Man braucht keine Headliner von außen, um ein Festival zu füllen. Man braucht eigentlich nur ins Nachbarhaus schauen manchmal und merkt, was für geile Musik dort entsteht. Was für großartige Musikerinnen und Musiker dort einfach Musik machen. Und genau dem eine Bühne zu bieten und dort Neues kennenzulernen, auch für das Publikum, finde ich total wichtig. Und die Location an sich dort am Ratzersdorfer See, das ist einfach traumhaft. Felix, geile Musik hat sich heuer Anfang Juli auch beim Domplatz Open Air geben, wo du als Salami-Rekorder auf der Bühne gestanden bist. Was bedeutet dir das, dass du da vor ein heimischem Publikum auftreten darfst? Ja, es war cool auf jeden Fall. Auch natürlich so internationale Acts zum Supporten. Ja, das mit der Größe war halt dann tatsächlich auch bei uns recht arg, weil da schon recht viele Leute waren, obwohl wir Nachmittag gespielt haben. Aber ich bin es halt, oder wir sind es halt nur dann so gewöhnt normal, nicht bei so riesigen Sachen zum Spielen. Sie haben es gut gelöst mit, dass das Schlagzeug ebenerdig hingestellt haben und sowas. Aber wenn irgendwann so ein Publikum so groß ist, dass es sich fast so wie so eine homogene Masse anfühlt, dass man dann irgendwie so gar nicht mehr interagieren kann mit den Leuten, das muss nicht nur sein. muss ich dazu sagen, weil gerade unsere Musik lebt schon viel von dieser Interaktivität und von diesem Spontanen und das geht sich dann halt irgendwie dann nicht so viel aus bei nur so Risiken-Sachen. Wie bezieht es dir die Zuschauer da ein bei euren Auftritten? Ja, also das kommt halt ganz spontan darauf an, was man macht. Entweder hupfe ich in die Menge oder so oder irgend so Zeug halt, ich habe auch mal irgendwem die Gitarre umgehängt und dem das Solo spielen lassen, so Zeug halt. Also das... Einfach aber auch so, dass man vom Publikum so was zurückkriegt, so von der... Ja, es ist halt einfach die Stimmung aufgeheizter, wenn es nicht so voll groß ist, aber das war auch ein Extremfall. Um natürlich auf der Bühne gut performen zu können, muss man auch fleißig proben. Wo macht ihr beide das? Wir machen es teils in Wien, da haben wir so einen Proberaum, oder halt in St. Pölten bei der Mülldeponie hinterm Kaiserwald oder hinterm Pressehaus, da haben wir so einen 10 Quadratmeter Raum. Felix, wo habt ihr euren Proberaum? Auch dort oben bei der Mülldeponie, ein wunderschönes Naherholungsgebiet für Musikerinnen und Musiker. Vor allem im Sommer, wenn die Mülldeponie rüberfällt. Manchmal sind es auch die Musiker, man weiß nicht. Manchmal ist es... Vielleicht sind es wir. Ja, Stichwort Proben. Bei euch hängt das ja auch im Zusammenhang mit dem Bandnamen. Felix, wie ist es zu die Ethik gekommen? Weil wir tatsächlich unsere Anfänge, unseren ersten Proberaum auf einem Dachboden hatten, den zweiten auch. Wir waren da immer schon sehr kreativ aus dem, was uns zur Verfügung stand, das meiste zu machen. Und das war halt in dem Fall mal ein unausgebauter Dachboden und der war namensgebend. Seit wann seid ihr jetzt mittlerweile schon weg vom Dachboden? Erst seit drei, vier Jahren hat sich dann einfach notwendigerweise ergeben. Wir sind alle am Studieren und Arbeiten und irgendwann kann man dann halt nicht mehr um 22 Uhr im Elternhaus proben. Felix, auch Salami-Rekorder ist jetzt kein 0815-Name. Warum hast du dich dafür entschieden? Das ist eine gute Frage, die ich nicht ganz erklären kann. Rekorder ist ja so ein alter Ausdruck für so eine Blockflöte oder Flöten insgesamt, was nichts damit zu tun hat, dass mir das eingefallen ist. Es ist irgendwann einfach so gekommen und nachdem ich dann, also es war immer so mein Künstler-Pseudonym. Und wie ich dann das Salami-Rekorder-Ding mit der Musik gestartet habe, da habe ich allein angefangen. Und deswegen, ich habe überall schon so geheißen und dann habe ich das gleich pragmatisch, wie ich bin, so übernommen. Und der Name ist geblieben, so bist du bekannt. Anscheinend. Felix, du als Sänger und Gitarrist bist ja auch immer für die gesangliche Umsetzung der Lieder verantwortlich. Jetzt habt ihr ja zu eurem 10-jährigen Band-Jubiläum heuer das erste Mal ein Cover aufgenommen. Ja. Warum das und wie ist es bei den Fans angekommen? Ich bin zum Glück nicht ganz allein zuständig für den Gesang. Wir singen alle Backing-Vocals, das macht glaube ich auch einen Großteil der Live-Show aus, weil das halt eine ziemliche Wand ist, was da rüberkommt. Das Cover, der Song ist Fireflies, inzwischen 15 Jahre alt, vor 15 Jahren in den Charts gewesen, auch in Österreich. Und ein großartiger Song, total synthy, verträumt, aber so ein geiler Ohrwurm. Und ich persönlich im Songwriting stehe auf diese Ohrwürmer, auf diesen Ohrwurm-Charakteristik, dass man irgendwelche Hooks hat, die einem einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen. Und das war dieser Song für mich schon immer. Und tatsächlich ist der Oliver, unser Bassist, eigentlich mit der Idee gekommen, hey, wir sollten ein Cover machen. Der Song würde sich gut eignen, das Ganze mal aus diesem verträumten Sündch-Riff-Gitarrn-Parts zu machen und das Ganze ins Pop-Punk-Genre zu übersetzen. Ich glaube, das hat ihr so nicht gut funktioniert. Uns macht der Song echt viel Spaß, auch live. Und den Fans auch. Und die Rückmeldung war bis jetzt wirklich großartig. Sehr cool. Ja, Felix, du hast auch schon mal was etwas Ungewöhnliches gemacht oder zumindest was ein bisschen vom Schema abweicht in Zeiten von Spotify und Co. Du hast Alben auf Kassette rausgebracht. Wie bist du darauf gekommen? Ja, also das ist jetzt gar nicht so unter den, also die Bands von mir Bekannten und sowas, da ist das nicht so unüblich tatsächlich, weil es halt einfach ein super Weg ist, wie man seine Musik schnell und einfach halt in so ein kleines, cooles Mitbringsel-Format irgendwie umsetzen kann. Und ja, irgendwie die meiste Musik, die wir aufnehmen, machen wir auch tatsächlich auf Kassette. Also wir bringen jetzt im Herbst so 45 Single raus. Die haben auch komplett mit einem Kassettenrekorder aufgenommen. Und ja, ich mag das Format irgendwie und das ist halt einfach super easy zum Selbermachen und deswegen haben wir das so gemacht. Apropos Herbst und Zukunftsmusik, wo kann man euch künftig live erleben? Wir spielen im, ab September ziemlich viel in Graz spielen wir, in Tschechien bei so einem Punk-Festival und noch irgendwo, habe ich gerade nicht im Kopf, auf jeden Fall, das sind so die nächsten Sachen. Und irgendwann, entweder Ende des Jahres oder nächstes Jahr, spielen wir im Cinema Paradiso für alle St. Pöltenerinnen und St. Pöltener. Und die Ethik? Die nächsten Konzerte sind am 23. August in der Westfield Shopping City Süd beim Sunset Sound. Da supporten wir Nidl, das wird großartig, Tina Turner Tribute. Und dann am 31. August beim Summer Closing in Neulenkbach und am 7. September was Urcooles und zwar im Atrium Tulln, eine Charity-Veranstaltung. Das Ganze heißt Metal for Friends und unterstützt den Lichtblickhof und auf das freuen wir uns schon wirklich wahnsinnig. Also liebe Zuseherinnen und Zuseher, Sie merken, es mangelt nicht an Möglichkeiten ein Autogramm zu ergattern. Vielleicht sehen wir uns sogar beim ein oder anderen Konzert. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.